heute spielen wir mal was besonderes hier und zwar spielen wir das spiel blade and soul und natürlich ist der ehrengast hier auf meinem youtube-channel dabei der liebe vain was immer hier den so basis voreinstellungen ja müssen wir in den das jetzt krank aus digga der ist voll groß man macht die stimme ich nehme so einige ich nehme so ein bilden ich nehme ihn der safe gesichtstyp ok dass das der bild aus so clean einfach nein was warum ändere ich haare die gar nie bleiben safe digga junge gar einfach alles clean weiter abhört uff digga ich bin hype jungen ich bin halber okay skippen digga einfach skippen da was muss drücken drücke f ok f okay die zu gil hong und wegg ihn auf digga mach ich guten morgen gras super ich hatte einen wunderbaren traum alles glaube ich mir bescheid naja das ist echt weird quest auswählen jetzt abfahrt um die k m um die karte zu öffnen drücke die tasse w plus w oder die tasse shift während ihr wege drückt halt um schnell zum hügel ist aus ok was was w schifft irgendwie sagt er ne wo bin ich digga man ich bin grad absolut überfordert aah schaffte w um schnell alles klar digga wenn ich shift drücke dann gibt er einen sprint jetzt checke ich ums zu gleiten oha digga man kann fliegen diggi oh yeah ich hab jetzt okay folgt jungen mok ja okay dann geht mal gummi alle arm digga was das art schild okay gut sei der oh ja baby das klingt schnell das game sieht echt interessant aus bis jetzt muss ich schon ehrlich sagen tag dich nicht an warum so digga ich würde jetzt erst mal sagen das war es hier mit dem video man weiß bescheid worum es hier geht der anscheinend gibt es uns um irgendwie so mächtiges wert also blade und ich bin jetzt der einzige der überlebende hier in dem clan jetzt anscheinend also sieht so aus oder der einzige überlebende in dem dorf dann Bis zum nächsten Mal.